Schönen guten Tag, wir sind mit Juvia. Juvia ist heute in Tierheim gekommen. Sie ist aber in Pflegestelle. Als wir sie geredet haben, war sie in einem sehr schlechten Zustand. Große, schwere Anämie. Die kleine Diana hat mich gedrückt. Und sie ist eine Omi, aber fit. Sie spielt mit den Welpen auch. Eine wunderschöne Omi, sie ist schon geheilt. Super, die Werte sind viel besser geworden. Wir haben auch eine Allergies gemacht, wegen Futter und so. Sie hatte das Feld wirklich schlecht. Jetzt ist es super schön geworden. Eine tolle Hundin. Eine Schönheit.